Und jetzt die Chance für Rostock hier zum Ausgleich zu kommen und vorbei am Tor. Es gibt große Beschwerden auf Rostocker Seite. Das hätte doch Freiburg für Rostock geben müssen. Gab es nicht. Einen geilen Trainer da, den Oleg Golov. Den kenne ich selber noch, ein ganz erfahrener Mann aus Russland. Ein ganz feiner Kollege, großer Sportsmann, hat auch selber zwei Bücher geschrieben, hat glaube ich auch damals bei sich dort die Nationalmannschaft der Frauen betreut, ist natürlich ein ganz, ganz toller Trainer. Und für so eine junge Truppe hier, für die Rostocker natürlich auch vielleicht die Idealbesetzung. Der holt aus den Leuten immer das Optimale raus und hat geile, geile Trainingsmethoden. Ja, das ist doch nett, so ein Einblick in... Er hat sogar die TSG Wismar trainiert, die Frauen-Bundesligamannschaft einige Jahre. Das heißt also, es ist ein Mann, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung und ist natürlich auch ein guter Seines Faches. Ja, und jetzt haben wir erstmal zurück zum Spiel. Der HCM Brostock jetzt mit Freiwurf und der Möglichkeit hier zum 22-22-Ausgleich. Und allem, was dem Spiel hier fehlen könnte und was dem Spiel hier fehlt, an Spannung fehlt es nicht. An Spannung denke ich mal definitiv nicht, wenn du mir jetzt gerade so geschildert hast. Und Erik Haarm scheitert am Block von Christian Klapp. Na, nur ist die Frage, die Jungs müssen natürlich jetzt ein bisschen darauf hinarbeiten. Zumindest mal... Und wieder klar nach dem Abgriff geworfen. Ist definitiv eine 2-Minuten-Strafe. Der Pfiff ist erfolgt und der Spieler zieht den Ball natürlich definitiv auf den Torwart, um ihm sicherlich irgendwo, ja, Schaden zuzufügen, würde ich mal sagen. Weil es ist schon eine Provokation, den Ball in der Phase noch mit aller Gewalt über den Kopf zu ziehen. Und genau diese Szene haben wir jetzt schon sechs, sieben Mal beobachtet. Allein in der zweiten Halbzeit. Und wohl noch nicht einmal bestraft, oder wie? Richtig. Einmal haben wir es bestraft, in der ersten Halbzeit noch. Da war es noch viel deutlicher. Da gab es dann, nachdem der Spieler dann sagte, oh, ich habe es nicht gehört, dann gelbe Karte. Ja, gelbe Karte ist natürlich in dem Fall auch zu wenig. Weil es ist einfach eine Bestrafung, das Spiel ist unterbrochen. Das ist genauso, wie jetzt gerade die Diskussion war mit sechs Feldspielern kurzzeitig auf dem Feld, die Rostocker. Bis die wir minimiert haben auf fünf, ist genau so eine Herausforderung. Und da, wie du sagst, dass die beiden Schiedsrichterinnen hier nicht ganz her der Lage sind. Obwohl, muss da nicht das Kampfgericht auch einschreiten? Bei der Wechselgeschichte mit diesen sechs Feldspielen auf jeden Fall. Da muss das Kampfgericht auch reagieren. Aber in der Phase hier mit den Würfen nach dem Pfiff, muss natürlich das Schiedsrichterpaar darauf achten. Ja, es sind hier noch. Viereinhalb Minuten zu spielen. Banzkulissen führt mit einem Treffer. Oh, da hat Christian Klatt unglücklich was abbekommen. Aber da gibt es Shakehand, das haben wir vorhin auch gesehen. Da gab es zwei Minuten gegen Hans Schulte. Und das möchten wir in dieser hitzigen Diskussion auch sagen. Da gab es auch die Entschuldigung in Shakehand mit Lars Glüdermann. Und jetzt wacht ihr die alle noch einmal auf. Jetzt sehen wir Marco oben geduscht. Auf der Tribüne. Der vor uns hier lang geht. Und sich dieses spannende Spiel jetzt von der Tribüne aus angucken muss. Passives Spiel angezeigt. Robert Schneidebild mit dem Pass. Christian Klatt und das Tor. Ein bisschen Gewurscht und ein bisschen Glück und ein bisschen Vierkön zum 2321. Also man könnte ganz sagen, es war vorher, die Spielsituation war totaler Dünnpfiff. Und im Endeffekt kam noch ein dickes fettes Klöpschen raus, dass der Ball wirklich dem Klatti vor die Beine fällt. Und der macht das natürlich ganz abgekocht und abgeklärt. Aber das zeichnet so ein Spieler wie Klatti natürlich auch aus. Da hat man eben gesehen, muss man kurz erklären, passives Spiel angezeigt. Deswegen wirft er gleich. Er muss gleich werfen. Er hat Mike Schenzel gut gehalten. Aber da haben die Bandskurren nicht wahnsinnig wach genug. Sondern der Rostocker hat den Ball. Ja, da muss natürlich auch gar in dem Moment, wo man das sieht, kommt der Wurf bei ich sag mal fast 20 Meter. Muss natürlich die Abwehrreihe sehr gut gehalten von Mikey. Da muss die Abwehrreihe einfach wach sein. Wie man beim Basketball sagen würde, den Rebound holen. Das sind einfache Dinge. Und die müssen einfach in unserer Hand liegen. Da kommt man gar nicht erst in die Situation nochmal in der Abwehr zu spielen. Sondern selber seinen Angriff aufzufahren und eventuell auf drei Tore wegzuziehen. Aber die Möglichkeit besteht jetzt immer noch. Also warten wir ab. Die Möglichkeit besteht noch nach dem Mike Schenzel erneut am Ball hatte. Und auch, muss man sagen, auch Christian Langer konnte sich schon nach dem starken 7 Meter auszeichnen. Und jetzt gibt es 7 Meter auf Stichwort für die SG-Bandskuletschen. Und auch da muss man sagen, Johnny Hagen konnte schon drei von sechs Dingern halten. Alle geworfen von Lars Klütermann, der auch jetzt wieder antritt. Großes Vertrauen von Burger, dass Lars sich nach einem verworfenen nochmal. Nach drei verworfenen, das müssen wir mal sagen. Drei von sechs. Ich habe jetzt noch einen verworfenen gesehen. Das war der davorige. Aber natürlich, das steht natürlich auch zu Lars Klütermann. Die Cleverness und auch die Routine sollte er langsamer haben. Er macht es halt im zweiten Versuch, Gott sei Dank. Treffer Nummer 13 für Lars Klütermann. Tor 24 zu 21. Das war ein wichtigere Fall. Das hat man an der Reaktion der Zuschauer gehört. Und das sieht man auch, wenn man an die Anzeigetafel guckt. 21 zu 24 aus der Sicht. Das hat Serien Paul Rostock und noch zwei Minuten zu spielen. Die Piste ist aber noch nicht durch. Machen Sie jetzt ein schnelles Tor. Und Glück. Jetzt ist natürlich, dass Dinge laufen. Glück für die SG-Bandskuletschen. Pfostentreffer von der Nummer 7er. Ja, Tempo, Rostock, Philipp Mintz. Und dann Perry Mike Schenzen mit dem Ball. Ja, Gott sei Dank. Eineinhalb Minuten jetzt noch zu spielen. Und dann könnte dieser schwierige letzte Heimspiel über die Bühne gebracht sein. Der SG-Bandskuletsch wird auszeichnet von Bürger Vrindt. Und ich halte das für komplett richtig. Ja, na klar. Benutzen sollte man die Karte. Die Sache ist jetzt, denke ich mal, durch mit einer Minute 20. Drei Tore Vorsprung. Wird Bürger jetzt nochmal die Gemüter beruhigen. Sagen, komm, spielt den Ball. Wartet, bis das passive Zeichen kommt für das Zeitspiel. Auf mehr brauchst du nicht warten. Und dann im richtigen Moment vielleicht zum 9m arbeiten. Dass nochmal Lars oder Christian da hinter den Block geht. Vielleicht nochmal eine eigene Situation schaffen. Wenn nicht, kassiert man vielleicht noch ein Tor im Gegenstoß. Aber dann ist die Kiste auch durch hier. Ja, da wollen wir mal gucken, ob sich das so bewahrheitet. Ob das auch genau das ist. Aber man hat eben kurz gesehen. Der Blick von Bürger Vrindt an die Anzeigetapel. Ich denke mal, er wird jetzt auch registriert haben. Das Ding ist zu Hause. Die zwei Punkte bleiben hier. Aber es war natürlich ein hartes Stück Arbeit. Ja, es war ein sehr hartes Stück Arbeit. Ja, es war ein sehr hartes Stück Arbeit. Und jetzt von den Rostockern, die wittern noch immer ihre Chance. Geben nicht auf. Ist natürlich schön. Das macht ein Handballspiel aus. Immer auf 9m arbeiten. Immer auf taktisches Foul arbeiten. Dann kannst du nichts mehr verkehrt machen. Robert Schneidewind und der Treffer. Jetzt macht den rein. Wunderbar. Vierter Treffer für Robert Schneidewind. In diesem Spiel. Vier Treffer Vorsprung für die SG Banskuletsin. 25 zu 21. Und dann hat er das das Tor. Das kann man so lassen. Dann muss er nicht mehr zugreifen. Siebter Treffer von Martin Kuczynski. Und der Strich nehmen wir das als Weihnachtsgeschenk der SG Banskuletsin. Nehmen die Fans das hier mit. Drei Sekunden vor dem Ende. Wir haben eine tolle, tolle Hinserie gesehen. Der SG Banskuletsin, der noch nicht ganz vorbei ist. Man hat noch das Spiel in Matskuletsin. Das ist natürlich ein mega Derby wie Matslo gegen Leedsen. Wird eine heiße Kiste denke ich mal. Waren die letzten zwei Jahre immer eine heiße Nummer. Und daher denke ich mal gibt es da auch nochmal alle Kräfte im Bündeln. Um da eventuell auch mal wieder zwei Punkte aus Matslo zu entfernen. Aber es ist halt ein schwieriges Spiel. Spielt natürlich auch nicht mehr die Tabellensituation eine Rolle, sondern einfach nur das Derby. Ja und die Tabellensituation sagt ja auch Erster gegen Dritter, wenn sich das heute nicht verändert. Bei Matslo ist Dritter der Tabelle. 13 Sekunden sind hier noch zu spielen. Die Halle erhebt sich. Nicht nur für dieses Spiel, sondern für diese ganz ganz tolle Hinserie der SG Banskuletsin. Niemand hier und jetzt mit dem Tor noch von Scheele als Herbstmeister beendet. Herzlichen Glückwunsch an die SG Banskuletsin. zum 25-20 Erfolg und Herbstmeisterschaft in der MV-Liga 2010 2011. Ich bedanke mich noch für den kurzen Moment, Roberto, den du da warst. Herzlichen Glückwunsch für deine Mannschaft. Und wir sehen uns dann demnächst wieder beim nächsten Spiel. Hier bei Sport in Schmerin und wir hören uns gleich noch wieder mit den Interviews der Trainern. 25 zu 23 endet das Spiel der SG Banskuletsin gegen den HCM Paul Rostock. Als Vertreter habe ich jetzt hier für die SG Banskuletsin Trainer Börger Fröndt und Thomas Holmann, der Betreuer des HCM Paul Rostock 2. Hier ist viel Durchschnaufen angesagt. Ich wende mich an die Gäste. Ihr habt Schand gemacht. Ihr habt zur Halbzeit geführt mit zwei Toren. Hab das Spiel lange offen hier erhalten. Kann man zu der Leistung gratulieren? Ja, wir sind zufrieden. Wenn man zum Tabellenersten fährt und mit zwei Toren verliert, dann kann man erstmal zufrieden sein. Zumal wir mit vielen A-Jugendlichen spielen und die müssen erstmal lernen, sich in der Männerwelt durchzusetzen. Und heute haben sie das aus unserer Sicht ganz gut gemacht. Ja, Börger, mit vollem Einsatz dabei die ganze Saison. Heute sogar in kurz. Es hat nicht ganz zum Kurzeinsatz gereicht. Es war doch ein wenig knapp. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch, dass es so geklappt hat. Aber die Personaldecke war doch bedenklich eng. Ja, das ist auch der Grund, warum ich heute in kurzen Hosen hier stehe. Zum Glück kam es nicht so weit, dass ich mit drauf musste. Aber es war ein-, zweimal kurz davor. Ne, aber du hast schon recht. Heute haben wir wirklich extrem viele Ausfälle gehabt. Und deswegen hatte ich auch kein so gutes Bauchgefühl heute vorm Spiel. Gerade gegen so eine sehr junge, dynamische Mannschaft. Wenn du nicht die Bank hast, um darauf zu reagieren, dann ist es nachher doch ein bisschen Hasenhandball. Wurde zum Glück nicht so. Da bin ich ganz froh drüber. Zufrieden bin ich bei Weitem nicht. Aber, wie sagt man so schön, es war ein dreckiger Sieg heute. Und den muss man auch mal mitnehmen. Also von daher, alles gut. Ja, dreckiger Sieg, gelungener Abschluss, Fastabschluss vor Weihnachten. Kann man sagen, herzlichen Glückwunsch. Du bist Herbstmeister. Kannst du dich erinnern, wann du das zum letzten Mal warst? Oha, das war eine B-Jugend, glaube ich. Es ist sehr lange her, ja. Das ist sehr, sehr lange her. Trotzdem, für den HCM Barossa, für die gute Leistung, die ihr heute abgerufen habt, sagt ihr die Tabelle nicht so ganz aus. Wo geht es mit euch hin, dem der ist? Ja, wir wollen, also unser Ziel ist es doch einen einstelligen Tabellenplatz. Also auf jeden Fall nach oben, so will ich es mal sagen. Ich will mal gar nicht mit Plätzen hantieren. Aber ich denke so, Platz 8 bis 10 ist für uns realistisch. Es gibt viele Mannschaften, die wir schlagen können. Wir haben es heute gesehen, dass wir auch hier gut bestanden haben. Also ich denke, dass es noch aufwärts geht für uns. Ja. Ja, würde ich sagen, viel bleibt dafür nicht zu sagen. Wo geht es weiter für euch noch überhaupt das letzte Spiel in der Hinserie? Ja, nächste Woche haben wir Bütze noch bei uns zu Hause. Auch eine starke Mannschaft, müssen wir genauso aufpassen, müssen uns gut vorbereiten. Aber ich denke, dass wir da auch gute Chancen haben, gut abzuschneiden. Und dann will ich mich nochmal an Bürger wenden. Ihr kam doch mit ein bisschen Muffensausen her. Das Spiel gegen Usulam ausgefallen, gar nicht gespielt. Die beiden letzten gespielten Spiele, 1 zu 3 Punkte. Hat das noch zusätzliche Nervosität reingebracht heute ins Spiel? Na, die letzten Spiele denke ich mal eher weniger. Ich will die Leistung der Rostocker nicht schmälern, um Gottes Willen. Aber uns fehlten heute wirklich vier Stammkräfte. Und dann wird es auch gegen so eine junge dynamische Mannschaft schwierig. Das haben wir heute gesehen. Wir haben, muss man ehrlich sagen, glücklich gewonnen. Anders war das nicht. Aber nee, deswegen, Muffen oder sowas hatten wir nicht. Also wir wissen, was wir können. Wir sind Tabellenführer und deswegen darf man ruhig so auftreten, denke ich mal. Ja, ihr habt noch ein ganz besonderes Spiel zum Abschluss kurz vor Weihnachten. Das Derby bei Mats Lohgarwitz. Wie geht ihr da rein? Was habt ihr zur Verfügung? Wir hörten gerade aus der Schützricht der Carbone, Marco Ohm wird euch nicht zur Verfügung stehen. Wie geht ihr da ran? Was habt ihr als Personal zur Verfügung? Ja, das wird leider Gottes immer dünner jetzt. Dass Öhmchen noch ausfällt durch die Rotsperre jetzt zwei Wochen, macht die Sache nicht einfacher. Aber ich hoffe, dass Marius auf der Mitte wieder dazukommt, dass Guido für die Abwehr wieder dazukommt. Wachy wird noch länger ausfallen, also Groß Wachy. Von daher müssen wir mit dem, was wir haben, auskommen. Nichtsdestotrotz, die anderen Jungs können auch alle Handball spielen. Und dann muss die zweite Reihe, die ist jetzt gefordert im letzten Spiel, ich will auch Mats Lohgarwitz gewinnen. Das wird sicherlich super schwer, gar keine Frage. Deswegen hoffe ich, dass die Fans zahlreich mitkommen und das Angebot des Auswärtsbusses nutzen. Dass wir da eine Heimspiel-Atmosphäre haben. Und dann denke ich mal, werden wir einen versöhnlichen Jahresabschluss haben. Ja, dann wünsche ich dafür sehr viel Glück und Erfolg. Und auch für euch wünschen wir Glück und Erfolg. Wünsche euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Das touched Et derselige pest dicen Jäger. Das Essential ist ganz wichtig.